Die oberhessische Stadt Altsfeld im Jahr 1975 zur europäischen Modellstadt erklärt, wird von vielen Besuchern aus dem In- und Ausland als die schönste Fachwerkstatt Deutschlands bezeichnet. Über 400 Fachwerkhäuser aus sieben Jahrhunderten mit dem weltbekannten Rathaus zeugen von alter Handwerkskunst. Bewahren, pflegen, sanieren – das ist in Altsfeld die Devise. Um die Bausubstanz der engen Gassen und Wege zu erhalten, bedarf es bei zukünftigen Bauvorhaben Verdichtungsarbeiten des Untergrundes, die nach dem neuesten Stand der Technik durchzuführen sind. Der neueste Stand der Technik auf diesem Gebiet wird teilweise in Altsfeld hergestellt und in der Nachbargemeinde Schwallental zusammengebaut. Durch einfachen Transport der nur 1400 mm breiten und 2700 kg schweren Kombination auf einem Pkw-Tandemanhänger entfallen kostenintensive Tiefladetransporte, die zur Hälfte nur aus Leerfahrten bestehen. Gerade für enge Baustellen mit denkmalgeschützten Häusern in der Umgebung ist die kleinste Kombination Stärplattenverdichter SBV 80 HC2, angebaut an einen Kramer 50-35 mit Highflow Hydraulik beim Verdichten von rollig-kiesigem Material allen anderen bekannten Verdichtungsgeräten bei weitem voraus. Diese enorm hohe Leistung entsteht durch eine Wuchtkraft von 2 x 80 kN bei einer Schwingungsfrequenz von 70 Hz, die zu 100% senkrecht in das zu verdichtende Material eingeleitet wird. Dadurch entstehen keine merkbaren schädlichen Schwingungen in der Umgebung, wie am befüllten Wasserglas zu sehen ist. Eine von Stär entwickelte Verdichtungskontrolle informiert den Fahrer immer über den Verdichtungsvorgang. Somit lassen sich unnötige Zeit- und kostenintensive Überfahrten vermeiden. Mit einer Motorleistung von nur 27 kW und einem Kraftstoffverbrauch von nur 4 Litern pro Stunde wird durch die europaweit patentierte Stärerfindung eine Energieeffizienz und Schadstoffbilanz dargestellt, die mit keinen anderen Verdichtungsgeräten zu erreichen ist. Der Plattendruckversuch, durchgeführt nach der DIN 18139, mit dem die Tragfähigkeit des verdichteten Materials gemessen wird, ergab Verdichtungswerte nach nur zwei Übergängen, die für Autobahnen und Flughäfen ausreichen würden. Die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Stärplattenverdichter in vielen Varianten überzeugen immer mehr Kunden auf der ganzen Welt. Allein im Jahr 2019 verließen über 300 Einheiten das Schwalmthaler Werk. Weitere innovative Stärideen finden Sie unter www.steer.com und Videos unserer Maschinen im Praxiseinsatz unter www.steer.tv